Den Schülern in den Weg im Einflug, gemeinsame Rügel, wurden die Verbeten von FC Magdebertsheim-Mannheim und Katharina Hessen von ihrer Verbreitung-Zirchenbau. Dem zweiten Platz gelegte Soli Rehmer vom DSV Eilig. Erste und amerikanische Bezirnsmeisterin des Jahres 2010 wurde im Karabiner Messer und der D-F-Tor, den Bayern-Robern-Mannheim. In den zweiten Platz, Kurzsiller vom FC Plutschenhausen und Gesinger vom SV Weihraub. Erste und amerikanische Bezirnsmeisterin des Jahres 2010 wurden Nils Döll vom DSV Eilig. Applaus 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 dass ich es bei den Schülern, den ich gleich vermessen habe, aber ich fange natürlich jetzt bei den Jungen Augen in dem Portfolio-Bereich an den ersten, der es heute wieder klar ist. An Nils Döck. Vielen Dank. Vielen Dank. In der 4D-Klasse von Nils Döck vom Nils Döck. Vielen Dank. 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 Jan Rüttinger. Jan Rüttinger. Der Ältere. Der beiden Rüttinger Brüder. Torben storuft. Untertitel Macron family in operation. Hal Rüttinger Brüder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.